Seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland gab es bisher acht Bundeskanzler und eine Bundeskanzlerin. Wer sie jeweils waren, was ihre jeweilige Kanzlerschaft prägte und mit welchem simplen Merkspruch ihr euch alle Kanzler merken könnt, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! 1949 wurde Konrad Adenauer, welcher der CDU angehörte, zum ersten Bundeskanzler der neu gegründeten BRD gewählt. Der frühere Kölner Oberbürgermeister war zu diesem Zeitpunkt bereits 73 Jahre alt. Politisch prägend für seine Kanzlerschaft war die Ausrichtung der jungen Bundesrepublik nach Westen und das Wirtschaftswunder der 50er Jahre. Adenauer forcierte die Wiederbewaffnung Deutschlands mit der Gründung der Bundeswehr 1955 und dem Beitritt zur NATO. Insbesondere in den 50er Jahren war Adenauer für seine Politik unter der Leitlinie keine Experimente, geschätzt und hoch angesehen. Als 1961 die Berliner Mauer gebaut wurde, sank die Beliebtheit des inzwischen 85 Jahre alten Adenauer, da man seine Politik der Westbindung als der Grund für das Scheitern der Wiener Vereidigung ansah. Außerdem kam es 1961 zu Streitigkeiten innerhalb der CDU, da sich Adenauer vehement weigerte, eine Frau als Ministerin in sein Kabinett zu berufen. Als es 1962 mit dem Koalitionspartner der CDU, der FDP, zu weiteren Spannungen kam, stellte die FDP die Bedingung, dass Adenauer im Laufe der Legislaturperiode zurücktreten müsse. Seine Kanzlerschaft endete damit nach 14 Jahren am 15. Oktober 1963. Adenauers Nachfolger wurde der aus den Franken stammende frühere Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, ebenfalls CDU-Mitglied. Auch wenn heute seine Rolle im Wirtschaftswunder umstritten ist, genoss er großes Ansehen seitens der Bevölkerung. Prägend für seine Kanzlerschaft war allerdings seine Zögerlichkeit und Spannungen mit seiner eigenen Partei. Im Jahr 1966 kam es zusätzlich zu einer Rezession und der wirtschaftliche Aufschwung der 50er Jahre war vollends gebrochen. Erhard reagierte mit dem Stabilitätsgesetz 1967, konnte aber die wirtschaftliche Schwächephase nicht aufhalten. Die Koalitionspartner in seinem Kabinett, die FDP, verließ schließlich im Streit über Haushaltsangelegenheiten die Koalition und Erhard trat am 30. November 1966 zurück. Einen Tag nach Erhards Rücktritt wurde der bisherige baden-württembergische Ministerpräsident, Kurt Georg Kiesinger, zum dritten Bundeskanzler der BRD gewählt. Auch er war Mitglied der CDU. Da die FDP aus der Koalition ausgestiegen war, bildete er die erste große Koalition in Deutschland aus CDU und SPD. Er war innerparteilich zwar beliebt, doch unter der Bevölkerung kam es zu Protesten gegen ihn. In seiner nur dreijährigen Kanzlerschaft mobilisierte sich die sogenannte außenparlamentarische Opposition. Eine Gruppe aus linkseingestellten Studenten, Massen an jungen Leuten und der Studentenbewegung der 68er. Insbesondere gegen die von Kiesinger veranlassten Notstandgesetze regten sich Proteste. Die nachfolgende Bundestagswahl 1969 gewann die CDU unter Kiesinger zwar, doch es bildete sich eine Koalition ohne die CDU, was das Ende seiner Kanzlerschaft besiegelte. Nach der Bundestagswahl 1969 bildete sich eine sozialliberale Koalition aus SPD und FDP mit Willy Brandt als Kanzler. Bekannt ist er für seine Regierungserklärung unter dem Leitmotiv »Mehr Demokratie wagen«, mit der er jungen Leuten mehr Partizipation zugestand. Seine progressive Koalition setzte innenpolitische Reformen wie neue Regeln im Ehe- und Familienrecht und die Einführung des BAföGs um. Einen besonderen Fokus legte Brandt in seiner Kanzlerschaft auf die Außenpolitik. Er verhandelte die sogenannten Ostverträge, mit denen die Beziehungen zu Polen und Russland verbessert werden sollten. Insbesondere der Grundlagenvertrag mit der DDR 1972 sorgte in der BAD für hitzige Diskussionen. International brachte die neue Ostpolitik Willy Brandt dagegen große Anerkennung. Ebenfalls bekannt ist er für seinen Kniefall vor dem Ehrenmal des jüdischen Ghettos in Warschau. Für seine Entspannungspolitik im Osten wurde Willy Brandt 1971 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Inpolitisch wuchs er Druck auf Brandt Anfang der 70er Jahre allerdings. Brandt brachte trotz der immer noch schwächenden Wirtschaft umfassende Reformen im Sozial-, Bildungs- und Rechtssektor ein, was insbesondere bei der FDP für Kritik sorgte. Schließlich kam es zu einer Neuwahl 1972, da die sozialliberale Koalition immer mehr Abgeordnete an die CDU-Bundestagsfraktion verlor und schließlich keine Mehrheit mehr im Bundestag besaß. Die Wähler bestätigten die Koalition allerdings, sodass Willy Brandt Kanzler blieb. 1974 wurde ein enger Mitarbeiter von Willy Brandt, Günther Guillaume, als DDR-Spion enttarnt, woraufhin Willy Brandt am 6. Mai 1974 zurücktrat. Die sozialliberale Koalition führte ab 1974 der Hamburger Helmut Schmidt fort, welcher eher zu den konservativen Politikern innerhalb der SPD gehörte. Er war der erste Kanzler, der als Krisenkanzler tituliert wurde, da er die wirtschaftliche Rezession in den 70ern infolge der Ölkrise handeln musste. Nachdem die Erdölfördernden Länder ihre Exporte drastisch beschränken, reagierte der Kanzler mit Energiesparmaßnahmen, wie autofreien Sonntagen, dem Streichen von Sozialleistungen und der Forcierung von Kernenergie, um Deutschland durch die Krise zu manövrieren. 1977 war Schmidt im sogenannten Deutschen Herbst mit Terroraktionen der linksextremistischen Roten Armee-Fraktion, kurz RAF, konfrontiert. Diesen begegnete er mit Härte und machte klar, dass der Staat nicht erpressbar sei und mit den Terroristen verhandele. Darüber hinaus war Helmut Schmidt stets bemüht, die Integration innerhalb Europas voranzubringen und die internationalen Beziehungen Deutschlands zu verbessern. Umstritten ist bis heute der NATO-Doppelbeschluss, auf welchen Helmut Schmidt drängte. Dieser Beschluss signalisierte eine Gesprächsbereitschaft zur Abrüstung von Mittelstreckenraketen gegenüber der UdSSR, verband diese aber mit der Drohung, neue Pershing-II-Raketen zu stationieren, wenn keine Einigung erzielt würde. Gegen die anschließende Aufrüstung mit Atomwaffen bildete sich die Friedens- und Umweltbewegung in Deutschland. 1982 zerbrach schließlich die sozialliberale Koalition aufgrund von massiven Unstimmigkeiten über die Sozial- und Finanzpolitik. Durch ein konstruktives Misstrauensvotum wurde 1972 der Felser Helmut Kohl zum letzten Bundeskanzler vor der Wiener Vereinigung gewählt. Er regierte stets mit einer schwarz-gelben Koalition, bestehend aus CDU und FDP. Seine Kanzlerschaft steht im Zeichen des Mauerfalls 1989 und der Wiener Vereinigung 1990. Der Anfang seiner Kanzlerschaft war geprägt von der von Kohl eingebrachten geistig-moralischen Wende. Helmut Kohl verstand damit den Fokus auf konservative Werte wie Familie, Nation und Gemeinschaft. Von linker Seite wurde ihm dagegen Geschichtsrevisionismus vorgeworfen. Kein Kanzler zuvor handelte so entschieden wie Kohl im Sinne der Wiedervereinigung Deutschlands. Nach Jahren der von Kohl geprägten Entspannungspolitik zwischen der BRD und der DDR fiel am 9. November 1989 die Mauer. Direkt im Anschluss begann Kohl, zum Teil ohne dies mit seinem Kabinett abzustimmen, auszuhandeln, wie die Wiedervereinigung konkret aussehen kann. Die Wiedervereinigung in Deutschland ging für Kohl mit dem europäischen Einigungsprozess einher. Nach umfassenden Verhandlungen, Wirtschaftsprogrammen und weiteren Vorarbeiten wurde die deutsche Einheit am 3. Oktober 1990 schließlich vollzogen, womit Kohl endgültig als Kanzler der Einheit galt. Während Kohl den europäischen Einigungsprozess weiterhin vorantrieb, wuchsen innerhalb Deutschlands die Probleme und seine Beliebtheit sank. Insbesondere die Abwicklung der ehemaligen DDR-Wirtschaft durch die Treuhand sorgte für Kritik und führte zu hoher Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern. Kohl reagierte mit dem Solidarpakt zur Finanzierung der ostdeutschen Bundesländer, konnte aber den weitgehenden Niedergang der ostdeutschen Wirtschaft um die folgende Massenabwanderung kaum mildern. Bei der Bundestagswahl 1998 wurde die schwarz-gelbe Koalition schließlich in Gänze abgewählt und die oft bezeichnete Ära Kohl endete. Bei der Bundestagswahl 1998 konnte erstmals seit 26 Jahren wieder die SPD die meisten Stimmen erreichen. Zum Bundeskanzler wurde der Niedersachse Gerhard Schröder gewählt. Es bildete sich eine rot-grüne Koalition, was die erste Regierungsbeteiligung der Grünen auf Bundesebene darstellte und die Partei grundlegend veränderte. Unter Schröder gab es erstmals politisch umfassende Gesetze zu mehr Ökologie wie das Erneuerbare-Energien-Gesetz im Jahr 2000. Außerdem führte Schröder umfassende Sozialreformen durch, welche unter dem Titel der Agenda 2010 umgesetzt wurden. Die Reformen halfen die Arbeitslosigkeit zu senken und die Wirtschaft Deutschlands aus der durch die Wiedervereinigung entstandenen wirtschaftlichen Flaute zu holen. Der Arbeitsmarkt wurde liberalisiert und die Sozialsysteme zu dem Prinzip Fördern und Fordern hingeführt. Sozialhilfe war von nun an daran gebunden, dass man mit den Arbeitsämtern kooperierte und sich bemühte, eine neue Arbeit zu finden. Trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs wurde Schröders Maßnahmenpaket kritisiert, da es der sozialen Gerechtigkeit in Deutschland schadete und den Niedriglohnsektor stark ausweitete. Außenpolitisch war Schröder als erster Kanzler in Fragen um deutsche Kriegsbeteiligungen beschäftigt. So kam es unter Schröder 1999 zu einem Einsatz deutscher Soldaten im Jugoslawienkrieg, als die NATO intervenierte. Gegen eine Kriegsbeteiligung entschied sich Schröder im Irakkrieg und erhielt dafür innerhalb Deutschlands große Anerkennung. Nach der Bundestagswahl 2005 verlor die Koalition ihre Mehrheit, womit seine Kanzlerschaft beendet wurde. Die damalige Vorsitzende der CDU und aus der ehemaligen DDR stammende Angela Merkel bildete nach der Bundestagswahl 2005 schließlich nach umfassenden Verhandlungen eine Neuauflage der Großen Koalition. Mit dieser regierte sie in drei ihrer vier Legislaturperioden als Bundeskanzlerin. Zwischen 2009 und 2013 bildete sie eine schwarz-gelbe Koalition mit der FDP. Auch sie wird regelmäßig als Krisenkanzlerin tituliert, da sie 2008 die Auswirkungen der Weltfinanzkrise auf Deutschland erfolgreich bewältigte und anschließend federführend in der Schuldenkrise Griechenlands agierte. Daraufhin folgte 2015 die Flüchtlingskrise, in der Merkel durch ihre Entscheidung, die Grenzen offen zu halten, für große Spannung sorgte, aber auch Anerkennung erhielt. Ab 2020 führte die Bundeskanzlerin durch die Corona-Pandemie. Auch hier sorgte sie mit ihren Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie für eine politische und gesellschaftliche Spaltung. Sie prägte eine Politik der Kompromisse und des Pragmatismus. Wirtschaftspolitisch hielt sie an der Agenda 2010 fest, brachte allerdings vereinzelt Maßnahmen ein, welche für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen sollten, wie zum Beispiel den allgemeinen Mindestlohn in Deutschland, welcher während ihrer Kanzlerschaft eingeführt wurde. Sie kündigte bereits 2018 an, nicht mehr zur nächsten Bundestagswahl 2021 zu kandidieren. Der bisherige Vizekanzler wurde nach der Bundestagswahl 2021 zum 9. Bundeskanzler gewählt. Er bildete die Ampel-Koalition, bestehend aus SPD, Grünen und FDP. Geprägt ist seine Kanzlerschaft vor allem durch den Angriffskrieg in der Ukraine, den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und der deutschen Energiepolitik. Scholz brachte bereits umfassende sozialpolitische Reformen auf den Weg, welche die Maßnahmen der Agenda 2010 zum Teil zurücknehmen, zum Teil auch nur ergänzen. Kritisiert wird Scholz zum einen für seine mangelnde öffentliche Präsenz, zum anderen für seine Wirtschaftspolitik. Er ist der aktuelle Bundeskanzler, weshalb seine Kanzlerschaft noch nicht vollständig charakterisiert werden kann. Zum Abschluss noch den Merkspruch, mit dem ihr euch künftig alle Bundeskanzler merken könnt, zumindest von Adenauer bis Merkel. Jeder Anfangsbuchstabe des Satzes Alle ehemaligen Kanzler bringen samstags knusprige Semmeln mit entspricht dem ersten Buchstaben des Nachnamens der Kanzler. Adenauer, Erhard, Kiesinger, Brandt, Schmidt, Kohl, Schröder und Merkel. Schreibt uns gerne Sätze, die Kanzler Scholz in der Reihe enthalten, in die Kommentare. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.